Inflationsrate im September 2023, voraussichtlich auf 4,5% gesunken, können Millionen Rentner wirklich aufatmen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich steige schon in die Pressemitteilung des Bundesamtes für Statistik ein, die aus meiner Sicht erstmal wirklich erfreulich ist. Und zwar sagt das Bundesamt für Statistik, ich mache es mal ein bisschen größer, oder sagt in der Pressemitteilung Nummer 387 vom 28. September 2023, dass der Verbraucherpreisindex 2023 im September um 4,5% zum Vorjahresmonat vorläufig gestiegen ist. Das heißt also, die Inflation ist vorläufig erst einmal um 4,5% gestiegen. Das ist der niedrigste Wert seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine. Zuletzt war die Inflationsrate im Februar 2022 mit 4,3% niedriger als im aktuellen Monat. Gemessen wird sie, also die Inflationsrate, als Veränderung des Verbraucherpreisindexes zum Vorjahresmonat. Im August 2023 hatte die Inflationsrate noch bei 6,1% gelegen. Wie das Statistische Bundesamt des Tates nach bisherigen vorliegenden Ergebnissen weitermitteilt, steigen die Verbraucherpreise gegenüber dem August 2023 voraussichtlich um 0,3%. Und dann haben wir hier eine ganz tolle Liste. Ich mache das mal vielleicht noch ein bisschen kleiner, dass wir das sehen können. Und da haben wir also sozusagen diesen Gesamtindex 4,5%. Ohne Nahrungsmittel und Energie liegen wir bei 4,6%. Und ansonsten haben wir hier die Preissteigerung laut des Tates erstmal im Energiebereich bei 1,0%. Aber der absolute Preistreiber sind natürlich wie immer die Nahrungsmittel. Das ist aus meiner Sicht ein Riesenskandal, weil die Erzeugerpreise auch schon deutlich zurückgegangen sind. Aber offensichtlich ist es bei Aldi, bei Lidl, bei Rewe und bei wen auch immer die Nahrungsmittel verkaufen, hier ein Riesengeschäft den Deutschen die Nahrungsmittel für horrende Preise zu verkaufen. Also ich habe zum Beispiel letztens vor kurzem eine Flasche Olivenöl gekauft, mit dem man braten kann. Da weiß ich noch im Jahr 2022, das ist so eine gelb-rote Flasche, viereckig. Da kam die so um die 4 Euro und ich muss jetzt dafür 8 Euro hinlegen, meine Damen und Herren. Das ist schlicht und ergreifend eine Frechheit. Dagegen bei 1,0% Energiepreise möchte ich mal auf eine andere Mitteilung des Tates hinweisen, und zwar vom 29. September 2023 in der Pressemitteilung 388. Und da sagt das Destate ist, dass die Gaspreise im ersten Halbjahr 2023 zum zweiten Halbjahr 2022 für private Haushalte um sage und schreibe 31,3% gestiegen sind und für Nichthaushaltskunden, also für gewerbliche Kunden um minus 4,6% gesunken sind. Die Strompreise im ersten Halbjahr 2023 im Vergleich zum zweiten Halbjahr 2022 um sage und schreibe 21% und für Nichthaushaltskunden um 0,1%. Meine Damen und Herren, ich finde, das ist doch wirklich bemerkenswert, wie die Strom- und die Gaspreise in Deutschland gestiegen sind. Und deshalb sage ich, warum sollte die deutsche Großindustrie, die ja nur zu einem ganz kleinen Teil an dem Bruttosozialprodukt in Deutschland beteiligt ist, tatsächlich einen Industriestrompreis von 5 Cent bekommen, der ja von uns bezahlt wird, von uns Verbrauchern bezahlt wird, über die Steuer, das ist ein subventionierter Preis. Wenn denn das so sein sollte, müssten wir ja auch letzten Endes einen deutlich verringerten Strompreis bekommen, der subventioniert wird über die Bundesregierung, über den Finanzminister, der hier das Geld locker machen muss. Also ich sehe es einfach so, wenn die Industrie einen Strompreis bekommt von 5 Cent die Kilowattstunde Strom, dann muss es auch deutliche Preisnachlasse für Verbraucher geben. Es kann nicht sein, dass wir hier alles bezahlen und die Großindustrie lacht sich ins Fäustchen und die meisten von denen müssen ja noch nicht einmal Stromsteuer zahlen, weil energieintensive Bereiche von der Stromsteuer freigestellt sind. Also meine Damen und Herren, aber im Grundsatz erstmal, die Inflationsrate ist für uns alle zurückgegangen. Rentnerinnen und Rentner können ein wenig aufatmen, aber Gas- und Strompreise sind im Vergleich zum Vorjahr, zum zweiten Quartal, Vorjahr 2022, im ersten Halbjahr 2023 um sage und schreibe 31,3% und für private Haushalte im Strombereich um 21% gestiegen, für nicht gewerbliche Bereiche sogar gesunken. Das ist sehr erstaunlich. Deshalb stelle ich mir schon die Frage, wann kommen denn endlich die gesunkenen Einkaufspreise an den Weltmärkten auch endlich bei uns Verbrauchern in Deutschland an. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.